Wer als schnellster ins Ziel kommt, hat gewonnen. Dabei hat jeder von uns drei Joker, die auf der Strecke liegen. Und man darf einen Joker so lange verwenden, bis der nächste erreicht wurde. Und mit diesen Jokern kann man sich selber nach vorne bewegen, aber man kann damit auch den anderen das Leben zur Hölle machen. Und vorne ist die Ziellinne, wer sie als erstes erreicht hat, hat gewonnen. Oh nein! Habe ich mich wirklich viel schneller vorgestellt? Komm! Oh, das bringt irgendwie gar nicht so viel. Guck mir vor, wie der schlechteste Gondolieri der Welt. Okay. So, jetzt wird's mit zwei. Was habe ich mir da überlegt? Ach ja. Nein! Das bewegt sich mit mir! Ich will eine Beschleunigung. Ja, meine super Beschleunigung, weil ich so schnell bin. Nein! So rum geht's nicht. Okay. So, jetzt kommt meine Geheimwaffe. Okay. Komm schon! Komm, nein! Ja! Ja! Gewonnen! Das Rennen der Giganten ist vorbei. Es war super knapp, aber es war ziemlich lustig, aber auch anstrengend. Sollte es jemals olympisch werden, bitte ruft mich nicht an. Es hat einmal gereicht. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Bye, bye!